Wir leben unser Leben im Käfig des immer gleichen Alltags. Aufstehen, arbeiten, essen, schlafen, am Wochenende den Frust mit Drogen oder Alkohol wegspülen. Der immer gleiche Kreislauf, wieder und wieder. Wir haben weder genug Zeit, Energie noch Geld für die Dinge, die uns wirklich wichtig sind im Leben. Wir fristen unser Leben auf dieser großartigen Erde als Nutzvieh. Gefangen in einem Hamsterrad, in das wir hineingeboren wurden und aus dem wir niemals ausbrechen können. So wird es uns zumindest seit unserer Kindheit vermittelt. Aber ist das wirklich die Wahrheit? Ist das wirklich alles, was wir vom Leben erwarten dürfen? Überleben bis zum Tod? Das war's? Nein. Wir alle können Großes erreichen. Es ist Zeit, dass wir unseren Geist befreien. Jeder von uns hat das Recht auf Erfolg, Reichtum und Glück. Holen wir uns, was uns zusteht. Das ist Alpha. Du bist Boss, wenn jeder zweifelnde Ruf verstummt, weil der Birre zum Erfolg durch deine Blutbahn pumpt. Du bist Boss, wenn du deine Ziele fokussierst und dich jeden Morgen selber vor dem Spiegel motivierst. Wenn du rigoros trainierst, um deine Muskeln zu stehlen. Wenn du lieber tot wärst, als jemandem Schutzgeld zu geben.